so ja ich stehe hier hinten direkt an der crew kam ich stand neben dir sehr schön ich denke wir müssen echt langsam gucken wegen dem strom wenn du jetzt da unten noch so mehr von den anlagen baust strom wird überbewertet das ist die die holen ja nur dann strom richtig wenn die gestein verarbeiten genau wie wir verweigern uns hier was ressourcenverarbeitung die ausbeutung des planeten falls sich einer fragte wegen der wegen der plattform warum die jetzt eventuell ein bisschen anders aussieht wir hatten nach der aufnahme noch so ein ganz kleines bisschen weiter gebastelt und dabei freiwillig ich hatte keinen wasserstoff mehr im jetpack und habe mich dann mit dem fahrstuhl nach oben geschafft und dabei hat er sich halt dann sagt man jetzt verkantet oder zerlegt ja ich glaube verkantet klingt charmanter ja ich komme wieder runter aber interessant war halt wirklich dieser flächenschaden wo wo an ganz anderen stellen dann auf einmal diese diese plattformen da oben die oder diese bodenplatten halt defekt waren das war schon heftig fand ich ein bisschen weiter bohren hier ja ich mache ich lager hier alles mal um die andere küche kann man das nämlich alles abbauen ich habe schon hier drin sauerstoff nein ach klar war weil wir unten kein wasserstoff produzierendes und sauerstoff produzierendes gerät haben jetzt muss ich doch tatsächlich kurz aufspringen weil der hund ankam und am verdursten war die arme seele eat drink sleep repeat gilt auch für den hund er muss sich ja darum kümmern um die kleinen tierchen wobei ich jetzt dabei bin ich mein mein aquarium da hat sich in an so ein paar stellen dass das silikon an der einfuge gelöst und da habe ich jetzt extra so ein reparatur kit geholt weil ich dann halt ja die die letzten fische waren dann nämlich auch relativ unglücklich und dann will ich mal gucken dass ich jetzt die tage mal neu aufsetzen ich fand das immer schön ich finde es so recht entspannend so ein aquarium was dann halt so am rum dümpeln ist guckt sich denn die fische annehmen bei naja ich habe also ich habe zu meiner verteidigung ich habe eigentlich fast nur garnelen drin ich habe so ein nano cube wo ich dann halt diese diese mini garnelen drin habe hier red sakura und sowas das geht also oder halt so was hatte ich drin galaxy bärblinge diesen hat eigentlich fast genauso groß wie diese kleinen garnelen das sind halt so zwerg dinge da geht das also auf so ein riesen aquarium hätte ich auch gar keine lust muss ich sagen ein kumpel von mir da hatte das damals das war jetzt so ein riesen aufwand wobei heutzutage wenn ich das sehe bei diesen filteranlagen die da hast manche muss da ja gar nichts mehr machen ja so könnte es ja schon fast die pc kühlung dranhängen ich weiß ja nicht ich habe mal zwei kryo kammern hier unten aufgebaut super ja müssen wir gucken dass wir nach und nach jetzt alles hier runter kriegen genau dass die mal da langsam nach hier unten umziehen können ich habe mal wieder anscheinend windows alt 1 oder so ich habe mal wieder anscheinend windows alt 1 oder so sowas gedrückt oder nur windows 1 mit meinen teams aufgerufen ok ich muss es nicht verstehen das ist manchmal eigentümlich was man so für tastenkombinationen hat ja Ja. Zum Wohl unserer Zuschauer. Ja. Das ist eine Fanbase. Uh, das klingt gut, das klingt super. Wann machen wir die ersten Fan-T-Shirts mit unseren Köpfen drauf? Sobald wir jemanden haben, der die Sachen schön stilisiert darstellen kann. Hm. Hm. Verdammt, also nie. Es hätte ja sein können, dass du ein begabter Zeichner bist. Also ich zeichne sehr gerne, aber ich glaube, dass das nichts, was anderen gefällt außer mir. Ach komm, stell dein Licht nicht unter den Chef. Naja, weil man sieht es ja hier bei Instagram, packe ich ja ab und zu mal, wenn ich da weine. Und wenn es ist nicht zu schlecht, packe ich es immer rein. Es hat eigentlich nur, ich sag mal, so Hobby-mäßig kritzeln. Ja. Ich finde das entspannt, ehrlich. Das ist so, wie wenn ich ab und zu, weißt du, wenn man halt so im Sommerabend draußen sitzt mit so einem Bug und vielleicht so einem Glas Wein. Das hat halt auch was total entspannendes. Ähm, hattest du vorhin nicht irgendwie Lithium mitgebracht? Nee, ich hatte, äh, Lithium gefunden. Ich hatte für, in dem Wrack, in dem einen, hatte ich noch Siliziumzellen gefunden. Hier in diesem Panzer, den ich da entdeckt habe. Aber jetzt gerade, er kam eben, von wegen, dass da ein Wrack aufgetaucht ist, ne? Ja. Da könnte man ja hinfliegen. Ja. Also ich sag mal, wir können jetzt ja hier noch ein zweites Cockpit ranbasteln. Oder einfach nur Passagiersitz, das wäre ja schneller. Und dann fliegen wir mit dem Ding da kurz rüber und zerlegen das. Da haben wir auf jeden Fall dann diese Zellen, weil... Warte, ich gucke mal hier, Passagiersitz. Weil ich fliege notfalls auch, äh, so hin. Na, auf keinen Fall, Hannes. Ich lass dich doch jetzt nicht fliegen hier, hallo. Also komm, bitte. Das war ein, war ein Versuch. Es sei denn, du möchtest nicht fliegen. Hast du Angst? Nein. Nein, nein. Nicht bei, auch nicht bei diesem wunderbaren Gerät des, äh, Ja. Ja. Ja, bitte. Ja, es ist interessant. Wirklich, ja. Mhm. Interessant also. Ja, ja. Ja. Ich weiß. Egal, was ich sag, ist noch nicht besser. Ich kümmere mich mal um den GPS-Punkt. Ja, ich mach den auch mal bei mir. Jetzt ist nur die Sache, welcher das... Ah. Ich hab so viele. Ich hab zwei Rack-Pins. Ich hab hier einen mit 5, 6 am Anfang. Einen mit 108. Warte, warte. Und einen mit 108. Okay. Ich hab zwei Stück mit 108. Ja, da muss es ja einer... Ja, ich hab drei sogar mit 108. Ja, ich meine immer wieder rausschmeiß. Ich hab 108, 6, 108, 1 und 108, 0. 108, äh, 0, 0, 0, 7 und 108, 17, 15. Ah, gut, okay. Dann nehm ich den anderen raus. Dann den aufhören und zeigen. Und der 0, 0, 0, 0, 7 ist der neuste. Ah, okay. Ja, dann fliegen wir doch zu dem. Ja. Den anderen lasse ich auch mal vorsichtshalber. Ja, ich... Geh schon mal hoch und tank meine, ähm, Wasserstoffflaschen auf. Oh, das ist ne gute Sache. Ich erinnere mich noch an, ähm, meine kleine Plattform, die das Problem hatte, dass wir unterwegs keine Wasserstoffflaschen auffüllen konnten. Ja, hier haben wir ja Wasserstofftanks dran, ne? Und, äh, Wasserstoffgeneratoren. So. Dann fülle ich meine Tannis auch mal schnell auf. Ja, die verbrauchen sich auch echt extrem schnell hier bei der Mod, ne? Was denn? Wasserstoff? Mhm. Das ist der Wahnsinn. Ja, das ist der Wahnsinn. Ach, ich wollte ja die Wasserstoffflaschen auch auffüllen. So. Oh, das geht ja. Ähm, ich lasse auch alles mögliche hier. So. Und wie fliegt sich das Teil? Ähm, gut. Gut, aber ich brauche mehr Triebwerke zum Gas geben. Also für den Vorwärtsstuhl, weil ich festgestellt war, wenn man die Nase anhebt, dann, ähm, versagt er. Ich werde dir den einen oder anderen Tipp geben. Wieso? Ja, so, ähm, mit viel Schwung und, äh, bergab und... Nein, 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 nein. Bist du gerade rausgesprungen, oder was? Achso, nee, wir wurden gerade repariert, glaube ich. Und konfiguriere deine, äh, Sachen nebenbei neu. Hm, das ist nett. Danke. Ach komm, du hast genug Energie für 24 Stunden. Gut, der eine Wasserstofftank, äh, sind eigentlich alle leer, deine Wasserstofftanks? Echt? Ja. Warum sind die leer? Die Wasserstoffmotoren haben auch keine Energie? Ich weiß nicht, was da eben verloren gegangen ist. Ich weiß, dass unser Schiff verloren gegangen ist, was ist... Nein, das gibt's nicht, ne? Ah, und es rutscht weiter. Ich weiß ja nicht, was du gemacht hast, aber du hast es gründlich gemacht. Ja, ja. Na ja, irgendwie bremst du es nicht mehr. Okay, krass. Tja. So einfach kann's gehen. Mhm. Müssen wir nur gucken, dass wir vielleicht die Energiezellen retten. Ich hab mich jetzt erstmal auf die Triebwerge gestürzt. Wo ist es denn hingerutscht? Ah, das ist jetzt nichts von übrig, ne? Es rutscht immer noch weiter. Hä? Es kann doch jetzt auch nicht sein, dass es immer weiter rutscht, oder? Ja, also hier sind die Reste eines Drills. Ja, hier sind die Energiezeiten. Ich kann muss nichts mehr mitnehmen, falls du herkommen magst. Ja, ich komm. Achso, siehst du mich überhaupt? Ja. Die sind da hinten am... Äh, hier sind... Ach, scheiße, ich bin auch noch gestorben. Was ist das denn jetzt? Wo sind die Energiezellen gewesen? Ähm, am Heck. Da, wo die Wasserstoffmotoren sind. Da sind links und rechts und zwischen den Wasserstoffmotoren sind welche. Ach, du willst die Reste hier einfach liegen lassen? Ja. Na ja, was willst du sonst machen, ne? Also zumindest erst mal... Ja, wo ist jetzt der Spawnpunkt? Ach, so ein Kack, ey. Aber wenn ich die jetzt weggrinde, gibt es nur Metallschrott. Echt? Also ich hab da immer... Achso, na gut, ich hab das... Ja, ich hab mir die anderen Zellen zerlegt. Ich lass mal alles da liegen und... Nehm noch ein bisschen was von dem Wrack mit. Was ist da denn Interessantes? Ach, Mann, ey. Ich hab so schön dran gebastelt. So was finde ich immer richtig ätzend, ne? In der nächsten Version wird's besser. Na, da gibt's keine neue Version. Ist doch auch mal irgendein Drill, ne? Wasserstoffflaschen und Sauerstoffflaschen und Waffen. Ah, die Energie hat er ja auch noch. Und das war's dann. Man könnte natürlich aus den Resten von beidem... Item 1, ne, okay. Hm, nein, das funktioniert nicht. Okay. Der Ding ist schön überall, die ganzen Triebwerke verteilt. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Ich komm gleich hin, wenn's Inventar wieder leer ist. Ah. Alles wird gut. Nein, das glaub ich nicht. Ach, Mann. Ja, gut, rein theoretisch. Ja. Wir haben schon wieder ein Rack angezeigt bekommen. Nein, das ist gerade wahnsinn, nee. Dann. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Schmeiß mal alles bei dir in deinen Leichensack. Ja, habe ich eben auch das am besten. Danke. Da ist noch ein bisschen Eis. Ich schmeiße mal vorsichtshalber auch noch eine Wasserstoff- und eine gebrauchte Sauerstoffflasche rein. Oh, das ist nett. Danke dir. Mache ich nicht, weil es nicht mehr reinpasst. Warte, ich nehme was raus. Oh, ich habe schon. So. Das bisschen Eis kann man hier noch reinwerfen. Wobei, wenn du das Ding auf... Die Akkus halten noch 24 Stunden. Hm. Also das war das Letzte, was ich gesehen hatte. Das ist ausgeschaltet. Ich schalte die Triebwerke alle aus, ja? Ich habe sie einfach kaputt geschleift gehabt eben. Also die anderen brauchst du nicht. Das ist schon... Das ist schon okay, aber... Nee, dann kann auch nichts passieren. Das heißt, wenn du sie fertig schweißt. Müssten so aus sein. Ich habe keins vergessen. Ah, hat eh nicht reichen. Da hinten war ja das eine Triebwerk. Hattest du dieses, was hier hinten noch lag? Ich glaube nicht, ne? Ah, da riecht es... Ach, da unten ist das Bofa-Fack. Genau. Die Reste meiner Plattform. Aber da sind ja auch die ganzen Triebwerke halt, ne? Ja, kann ich ja ein paar mitbringen. Da ist auch noch ein funktionsfähiger Reaktor. Uh, gerne. Sehe ich gerade. Das ist natürlich super. Ich bringe erstmal, was ich an Triebwerken mitkriege. Okay. Das sind zwei Reaktoren. Okay. Energieversorgung ist gesichert. Na, schnieke. Das ist immer cool. Ich habe den Haufen. Teil des Wracks entdeckt wo die ganzen ach so das ist das hier mit der Reaktoren, was du meintest, ne? Ja. Weil da liegen ja noch ganz viele andere irgendwo. Aber wenn wir einen von den Reaktoren in klein an das Schiff bauen könnten, wäre super. Ich habe schon ein bisschen Uran mitgenommen. Wenn du die Teile mitbringst, dass wir so einen kleinen Reaktor da hinten dran bauen können. Ich weiß erst mal alles, was ich habe bei dir dran. Dann setze ich mir hier so einen kleinen Reaktor. So, Reaktor da. Huch, jetzt hast mich ja durch die E-Geschnipst. Oh. Energy Low. Hier ist noch kein Cockpit oder sowas dran. Dann muss ich zurück zur Based. Ja, so saugt man auch für Spannung. Hm, ist auch was anderes, ne? Ja. Oh Mann, ey. Ja, es war halt ein gewagtes Design. So geschlebe sah es doch gar nicht aus. Ja, eigentlich nicht, ne? So, warte ich jetzt mal so aus den Eindruck. Wer weiß. Vielleicht hätte ich mal bremsen. Ja gut, es war halt echt, energietechnisch hat es nicht funktioniert, ne? Die Wasserstoffgeneratoren kamen einfach nicht hinterher. Und vor allem die kleinen können halt nur so wenig lagern an Eis, dass es sofort verbraucht ist. Ein, zwei Mal kurz angeworfen, schwupps ist das ganze Eis wieder verbraten. Das ist halt auch kacke. Ich sag mal, durch die Asimus-Mod, die ich halt drauf hab, ne? Da gibt's halt andere Wasserstoffgeneratoren, die halt ordentlich, ähm... Volumen haben und ziehen, aber... Hm. Wenn du mir sagst, was wir brauchen, kann ich das mitbringen. Ich glaub, kleine Rohre oder sowas waren auf jeden Fall dabei. Ja, genau. Genau. Oh Gott. Was denn? Es ist die halbe Stunde voll. Oh nein! Nein! Was machen wir denn da nur? Ja, das ist eine gute Frage. Panikartig den Raum verlassen. Tun wir unsere armen Zuschauer damit quälen, dass sie nicht wissen, wie es weitergeht? Ja, definitiv. Definitiv. Ja, dann... Winkel, winkel. Ciao, ciao.